Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man einer hydraulischen Bremse die Klötze erneuert und auch die Bremsflüssigkeit wechselt. Für dieses Tutorial benötigt ihr ungefähr 30 Minuten und funktioniert auf jedem Fahrzeug mit einer hydraulischen Bremse, egal ob Mofa, Motorrad oder sogar Auto. Wir benötigen dafür folgende Teile, neue Bremsklötze, Bremsflüssigkeit, ein Gefäss mit heissem Wasser, um die Manschette zu reinigen, eine Spritze mit dazugehörigem Schlauch, ein Stück Benzinschlauch, Kupferfett, normales Fett, Schutzbrille und Gummihandschuhe, plus zieht alte Kleider an und das nötige an Werkzeug, gegebenenfalls um den Bremssattel zu lösen. Oder die Bremsbacken zu wechseln. Bevor wir beginnen, müsst ihr euch sicher sein, was für eine Art Bremsflüssigkeit ihr benötigt. Dafür ganz einfach auf dem Deckel des Expansionsgefäßes von der Bremsflüssigkeit lesen. Darauf steht, Use only DOT 3 oder DOT 4 Brake Fluid. Das bedeutet, ihr dürft DOT 3, DOT 4 oder sogar DOT 5.1. Diese drei Bremsflüssigkeiten sind alle auf der gleichen Basis und können auch gemischt werden. Verwendet auf keinen Fall DOT 5. Dies ist auf Alkoholbasis und ist nicht mischbar mit den anderen. Dies hat zur Folge, dass eure Bremsmanschetten aufgehen und die Bremse defekt ist. Ihr müsst sie also dann revidieren. Als erster Schritt öffnen wir die Bremspumpe und saugen die alte Bremsflüssigkeit ab. Benutzt bei der Demontage der Manschette einen Lappen, um ein Tropfen der Bremsflüssigkeit auf den Lack oder eure Hände zu verhindern. Sobald ihr die Manschette demontiert habt, könnt ihr sie abtrocknen und im Gefäss mit warmem Wasser auswaschen. Mit Hilfe einer Spritze ziehen wir die alte Bremsflüssigkeit aus dem Reservoir, bis sie so gut wie leer ist. Die alte Bremsflüssigkeit könnt ihr in ein Gefäss mit Althüll schütten. Bevor wir die Bremse entlüften, werden wir neue Bremsklötze einsetzen, sodass ihr wieder für die Ausfahrten im Sommer gerüstet seid. Um die Bremsklötze zu demontieren, schrauben wir den Bremssattel ab, ziehen den Bremssattel von der Scheibe und lösen mit Hilfe einer Spitzzange diese zwei Drahtsicherungen. Wir drücken nun von Hand die Bremskolben zurück, um einen maximalen Platz zu erreichen für die neuen Klötze. Um ein Schwingen der Bremsklötze zu verhindern, könnt ihr ein wenig Kupferpaste auf der Rückseite auf dem Stahlträger anbringen. Dies ist eine einfache Variante, um ein Schwingen der Klötze oder ein Einlaufen des Bremskolbens zu verhindern. Achtet beim Einfetten der Bremsklötze darauf, dass auf keinen Fall Fett auf den Belag kommt. Ansonsten ist eure Bremswirkung dahin. Wir setzen die Bremsklötze nun ein und die Sicherungshaken wieder in die Löcher. Sobald die Sicherungsdrähte ganz hineingestossen sind, könnt ihr auf der Rückseite kontrollieren, dass diese Nasen außen sind und eingerastet. Um den Bremssattel wieder auf die Scheibe zu setzen, ist es nötig, die Bremsklötze auseinander zu drücken. Ihr könnt mit einem grossen Schraubendreher hineingehen und die Klötze ein bisschen auseinander drücken. Achtet dabei darauf, dass ihr die Beläge nicht verletzt. Da der Bremssattel immer im Strassenstaub ausgesetzt ist, fetten wir das Gewinde ganz wenig vorne, um sie auch in einem Jahr wieder lösen zu können. Gewöhnt euch auch an, die Schrauben direkt nach der Montage wieder anzuziehen. Nicht, dass diese vergessen gehen und der Bremssattel sich bei der Fahrt lösen würde. Nun kommen wir zu der Königsdisziplin, die Bremse richtig zu entlüften. Ich benutze eine Spritze und einen Benzinschlauch, stülpe diesen auf die Spritze. Ich empfehle euch, ein bisschen Bremsflüssigkeit in den Schlauch zu ziehen, um ein Zurückziehen am Bremssattel mit Luft zu verhindern. Nun, da wir mit Bremsflüssigkeit arbeiten, empfiehlt es sich, eine Schutzbrille zu tragen und auf jeden Fall Gummihandschuhe. Ich stecke zuerst den Achterschlüssel auf den Entlüfternippel, sauge den Schlauch etwas voll mit Bremsflüssigkeit und stecke diesen auf den Entlüfternippel. Ich fülle nun oben das Gefäß einmal mit frischer Bremsflüssigkeit auf. Nicht zu viel, nicht dass es überläuft und euch den Lack ruiniert. Wenn Bremsflüssigkeit aufgefüllt ist, können wir beginnen, am Bremshebel zu pumpen. Ihr seht, die Bremsflüssigkeit pumpt sich nach unten. Und sobald ein Druck aufgebaut ist, was Stück für Stück kommt, können wir unten einmal lösen. Sobald oben bei der Bremspumpe Druck besteht, könnt ihr Druck geben, das heisst den Bremshebel nach hinten ziehen, den Schlüssel einmal im Gegenohrzeigersinn drehen und gleich wieder schliessen. Ihr werdet merken, an der Bremspumpe oben am Lenker werdet ihr den Druck verlieren. Anschließend bauen wir wieder Druck auf. Wenn der Druck wieder da ist, Druck geben und unten wieder lösen und gleich wieder ranziehen. Achtet immer dabei, dass das Gefäß oben niemals leer wird. Sobald ihr oben einmal bei der Bohrung oder der Bypassbohrung, das sind diese zwei kleinen Löcher im Gefäß drin, Luft anzieht, könnt ihr gleich wieder von vorne beginnen. Deshalb immer darauf achten, dass ihr im Minimum einen kleinen Stand über der Bohrung habt. Ihr könnt nach jedem Lösen und Wiederanziehen einmal oben kontrollieren und wieder auffüllen. Diesen Vorgang werdet ihr etwa drei bis vier Mal wiederholen, also etwa drei bis vier Gefäße voll Bremsflüssigkeit nach unten pumpen, um sicherzustellen, dass ihr im ganzen System neue Bremsflüssigkeit habt. Den Schlauch, welchen wir an den Entlüfternippel angeschlossen haben, füllt es immer wieder mit Bremsflüssigkeit. Die Bremsflüssigkeit kontrolliert stets den Stand. Sobald dieser droht zu überlaufen, könnt ihr ihn ganz einfach entleeren. Wenn die Bremse komplett entlüftet ist, füllen wir noch einmal das Reservoir auf und setzen die Manschette und den Deckel wieder rein. Füllt dabei nicht ganz nach oben, nur so, dass es im Schauglas anzeigt, dass es voll ist. Denn die Manschette geht in das Reservoir hinein und ihr könnt somit verhindern, dass es überläuft. Wenn ihr euch selbst einen Gefallen machen wollt, könnt ihr auch die kleinen Kreuzschrauben an der Bremspumpe ganz leicht fetten. Somit könnt ihr es bei einem nächsten Mal ohne Probleme wieder öffnen. Zu guter Letzt empfehle ich euch mit einem Lappen mit warmem Wasser die Bremspumpe zu reinigen, um etwaige Tropfen abzuwischen und die Bremsflüssigkeit zu neutralisieren. Bremsflüssigkeit auf dem Lack kann zu grossen Schäden führen und somit könnt ihr euch ein frisches Lackieren eures Mofas ersparen. Ihr könnt nun kontrollieren, ob euer Bremsflüssigkeitsstand stimmt, indem ihr ins Schauglas schaut. Die Bremsflüssigkeit sollte etwa zu drei Viertel voll sein plus oben eine ganz kleine Luftblase. Nehmt euch beim Service an der Bremse Zeit und kontrolliert am Schluss, bevor ihr auf die Strasse geht, sicher noch einmal jede Schraube nach. Nicht, dass ihr einen Bremssattel verliert oder die Bremsflüssigkeit ungewollt austritt. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und bin mir sicher, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!